Hallo ihr lieben Zuschauer, Surfer, Besucher. Ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Ich bin total happy und es gibt tausend Gründe, heute glücklich zu sein. Heute Mittwoch, 11.02. Also der eine ist, es ist draußen irgendwie schönes Wetter. Es ist wärmer als die letzten 20 Tage mit Frost und so. Und ein Riesengrund heute, sich zu freuen neben dem Wetter ist, wir haben nach gerade mal 14 Tagen Vorlaufzeit heute Kunst bekommen, also Kunstwerke von einer echten Künstlerin, von der Idee zu, es hängt im Flur gerade mal 14 Tage. Super Sache. Unser Flur sieht schöner aus, das poste ich gleich nochmal separat. Aber der eigentliche Grund, warum ich heute fast umgefallen bin vor positiver Belustigung ist folgendes. Ich habe vor gerade mal 5, vielleicht höchstens 6 Wochen genau an dieser Stelle hier im Sessel sitzend ein Buch vorgestellt und zwar in dem Format 1 Buch 60 Sekunden vorgestellt und als ich das getestet habe, hatte ich nur ein einziges Buch hier zu Hand, wo ich sagte, das kann ich wirklich guten Gewissens empfehlen. Umsatzextrem von Dirk Kreuter war das. Und es ist wirklich ein lesenswertes Buch, es ist kurzweilig geschrieben und außerdem hat Dirk Kreuter Ahnung von dem, was er da tut und das ist mein Lieblingstrainer, das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. So, jetzt Achtung, jetzt kommt's. Heute in der Post lag ein Brief vom Verlag von Dirk Kreuter und da schreibt mir die Isabel Vollrichs, schönen Dank, also vielen Dank Frau Vollrichs, wir haben uns gefreut wie Bolle. Nämlich, sie hat das gesehen und sie fand das toll, oder vielleicht hat es sogar Dirk Kreuter gesehen, ich weiß es nicht. Auf alle Fälle habe ich heute hier bekommen in der Post, frisch aus dem Drucker noch sozusagen als Vorabkopie, das Buch, was Dirk Kreuter demnächst rausbringt, Akklesimpulse heißt das, motivieren, überzeugen, verkaufen. Und ich würde euch das jetzt gar nicht überhaupt zeigen und sagen, wenn ich nicht schon die ersten zwei Seiten tatsächlich angelesen hätte und sofort gewusst habe, okay, scheiße, warum hat der Tag nicht 28 Stunden, ich will das lesen. Die Storys sind wieder so total genial. Dirk Kreuter hat wieder Sparringspartner gefunden, mit denen er das tatsächlich gut durchdeklinieren kann. Die Sachen sind ansprechend. Scheiße, ich habe nur viel zu wenig Zeit, verdammt, das ärgert mich. Aber das Buch kommt raus am 24. Februar und ihr könnt euch darauf verlassen. Ich verspreche es euch hier an dieser Stelle, obwohl ich morgen ein Seminar habe und echt genug zu tun in der nächsten Woche mit den Kindern hier. Kein Scheiß, wir haben hier Kinder nächste Woche hier. Ich werde mir das angucken und selbst wenn ich nur die erste Hälfte gelesen habe, ich werde es euch hier an der Stelle sagen. Und der Grund, warum ich mich eigentlich gefreut habe, ist nicht so sehr, dass Dirk Kreuter wieder ein super Buch rausbringt, ist, das ist der Beweis dafür, dass diese Videos hier funktionieren. Also weil ihr hier mir zuguckt, funktioniert das hier. Habe ich das? Also nochmal schönen Dank an die Frau Vollrichs, einen ganz lieben Gruß zurück. Super Idee, hat mich wirklich sehr gefreut. Das kommt bei mir noch direkt vor Harry Potter. Schönen Dank, ich lese das durch. Ich freue mich wie Bolle und der Tag ist gerade mal in der Mitte. Da kommt noch was. Leute, wie wollt ihr das denn toppen hier? Wie geil ist das denn? Genial. Könnt mich freuen, wie Bolle. Ich freue mich.